einen wunderschönen guten tag meine youtube freunde und hallo twitch leuse zu einem weiteren video ruck zuck geht das hier ja ich das erste video habe ich aufgenommen nach dem stream um 22 uhr und scheinbar sollte das nicht mehr tun weil ich meine bei der magie bei der bei der priester karte habe schon einiges durcheinander geworfen aber bei der priester karte fand ich es okay aber dass ich hier bei der paladin karte zu blöd war festzustellen dass das bellwurst steht das tut schon ein bisschen weh muss ich sagen aber danke an einen aufmerksamen zuschauer mini kraftler war es glaube ich ja vielen dank an dich dass du so aufmerksam warst und das in dem chat in den kommentaren geschrieben hast natürlich hat die karte spellwurst natürlich passiert nichts wenn er aus dem dormant erwacht also erwacht aus dem dormant aber da passiert erstmal gar nichts wenn man dann ein spell spielt dann kommen die divine shields das macht die karte natürlich schlechter und besser schlechter in dem sinne wenn man keinen spell hat dann passiert nichts und dann kriegt er nicht mal selber gottes schild besser aber natürlich in dem sinne man kann es selber planen man kann es selber timen und mit einer mit der ein oder anderen karte zu der wir jetzt gleich kommen kombinierbar mehr will ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen aber natürlich wollte ich mich eben korrigieren also die karte hat spellwurst und wenn sie erwacht passiert nichts erst wenn man dann ein spell castet dann wird spellwurst aktiviert und dann kriegen alle gottes schild also nochmal danke an den zuschauer und eben hier die richtige stellung so jetzt gehen wir weiter im text shenanigans ein neues schurken secret ja wer braucht wer will es nicht wer braucht es nicht neue schurken secrets auch wenn ich natürlich ist vollkommen nachvollziehen kann dass schurken secrets haben also wenn eine klasse secrets haben sollte dann sind es schurken insofern also thematisch passt ist natürlich super ja shenanigans when your opponent draws their second card in a turn transformed into banana also die zweite karte die gezogen wird wird in eine banane verwandelt ja ein sehr lustiges secret also für den schurken nicht für den gegner ja ich denke einfach auch stark und gut situationsbedingt ob es in decks kommt oder nicht will ich mich jetzt noch nicht hundertprozentig festlegen an und für sich aber du machst eine karte des gegners kaputt und wenn es in an ansatzweise richtung kombodeck geht kannst du halt locker auch eine kombokarte des gegners kaputt machen also ich sag mal gegen warlocks ist die karte mega der warlock zieht ständig zwei karten der zieht fast jeden turn zwei karten also beim warlock wird das ding nächsten turn triggern und dann ist eine karte übernahme aber es ist ja die zweite also jede klasse die in irgendeiner form karte spielt und das tut fast jede kriegt wird halt gepunischt ja der schamane hat fahrzeit der krieger hat 5000 karten ziehkarten schildblock battle rage der magier hat natürlich arcan intelligenz und wie sagt der warlock mit der heldenfähigkeit und so man kann so weitergehen also mittlerweile hat fast jede karte kartro also fast fast jede klasse kartro und dagegen fast jeder gegen hunter ist sie ist die karte nicht so gut also oft wahrscheinlich gegen gegen die hand ist die karte auch mega wobei man sich sagen muss die im hunter die nur ein oder zwei meiner karten spielen da ist es jetzt auch nicht so ganz so dramatisch aber getriggert wird das secret insofern machst du eine karte des gegners kaputt das ist auf jeden fall nicht schlecht also im schlechtesten fall also wenn die karte wirklich nicht hart gespielt wird weil man halt sagt okay ich muss aber auch eine karte dafür spielen ich muss das secret spielen das ist so langsam das passt halt nicht also im schlechtesten fall kommt die karte halt mit hana und hana spielt die karte und man hana macht halt mal ein oder zwei karten kaputt wenn er wenn der kommt also im schlimmsten fall ist sie dafür auf jeden fall vernünftig und auf gar keinen fall schlecht aber ja ich könnte mir vorstellen dass die karte gerade wenn es kombodex unterwegs sind vielleicht auch den cut schafft rallye ja vier mana karte resurrect a friendly one two and three cost minion es gab mal so eine ähnliche karte für paladine das war eine vier mana karte bevor sie genervt wurde ja die karte wurde genervt das war eine vier mana karte und pullte ein one two und three drop aus dem deck also eine einmana eine zwei mana und eine drei gab eine drei mana karte wurden aus dem deck gepullt ja natürlich insofern völlig anders weil es wurden karten aus dem deck gezogen das heißt man hat sein deck damit kleiner gemacht und gerade aggro decks für die ist das halt super wenn die deck die kleinen mini diener aus dem deck bekommen und dann die wichtigen karten zu ziehen dann fünf oder sechs also das war der unterschied und du konntest die karte natürlich auf jeden fall on curve spielen der wir jetzt kann es ja sein dass du turn 1 oder 2 kein play hast und dann kannst du turn 4 rallye nicht spielen weil du nur einen einzigen diener tot hast und dann lohnt sich die karte nicht also ja also die karte macht ähnlich macht es ist so ähnlich wie diese firma einer karte die drei aus dem deck gepult hat aber dadurch dass sie nicht aus dem deck puls oder wiederbelebt ist es schon auch sehr anders also nichtsdestotrotz wenn es klappt und wenn das deck darauf ausgebaut aufgebaut ist ist das kann es eine sehr sehr starke karte sein es ist eine priester pala karte also priester paladin für paladin ist die karte ganz simpel also der paladin spielt ein one drop was er ständig macht der paladin spielt einen two drop den murloc oder shot bot keine ahnung also den prime den shot bot der paladin spielt in drei maler karte gut ruhen so hatte er drei starke diener gespielt turn eins zwei drei äh one to one cost two cost three cost turn 4 rallye bam die drei wieder aufs feld krasser turn starke one starke starke turn eins starke turn zwei starke turn drei ultra starker turn vier ja dass es genau so läuft ist natürlich der traum und das wird auch nicht immer klappen natürlich nicht aber überhaupt die tatsache dass es klappen kann zeigt ja schon wie stark die karte ist also paladin ist die ist die ganz leicht vorstellbar und glaube ich ziemlich stark im priester aber natürlich auch nicht schlecht ich meine du 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 resurrect ist dem prime vielleicht spielt man dann doch wirklich mal den klein noch mal oder öfter um einen one drop zu haben sehtec sehtec ist ein two drop die drei manner karte ist das ist also diese komische tante mit zwei fünfer stats die die ähm handkarten billiger macht ich weiß gar nicht das sind natretin natrelin ja diese zwei fünfer tante ihr wisst welch ich meine ähm ja dann könnte 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 es also sehtec die zwei fünfer tante und irgendeinen one drop wieder beleben auch das klingt im priester jetzt nicht ganz so schlimm äh sehr sehr wichtige karten für vier manner wenn du wenn du sagen wir du hast zehn manner machst das für vier und dann hast du noch sechs manner zeit um irgendeinen blödsinn zu machen ich denke dass es wird eine sehr starke karte sein die wir oft im parla oder auch priester deck sehen werden auf jeden fall wird versucht damit decks es wird wer es wird versucht werden damit decks zu bauen da bin ich mir sehr sicher und jetzt kommen wir kurz so ich habe jetzt den hier also der erwacht ich habe ich habe den hier gespielt die karte erwacht und wenn die karte erwacht ist spiele ich dann diese karte zack belebe drei dina spellburst triggert alle die namen gottes schild also der 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 im pulsen celestial kombiniert mit rally dann hast du theoretisch drei vier dina auf dem feld die alle gottes schild haben ja sehr sehr starke combo im pulsen phoenix dormant for two turns spell damage plus zwei ja ich hasse diese karte also das ist eine magier und schamanen karte und das sind ich meine kennt ihr den aggro schamanen also wer jetzt schon hardstone spielt weiß dass es den aggro schamanen gibt der einem blitzschläge also der funktioniert mit doomhammer ja also ganz viel mit doomhammer aber er hat auch blitzschläge und er hat auch lava burst und ich meine du spielst die karte turn 2 oder turn 3 oder turn 4 wann auch immer er erwacht zwei turn später du kannst nichts dagegen machen und der schamanen oder der magier die haben die zwei spiel damit das heißt sie können wir lava burst für sieben mana oder blitzschläge für fünf lava burst für sieben damage blitzschläge für fünf der match können sie dir sicher ins gesicht klatschen weil du nichts dagegen machen kannst gar nichts gegen dormant oder also bei schamane kann ich mir auch da wieder ganz leicht vorstellen der schamane spielt jetzt schon aggro schamane mit spells und mit doomhammer dann passt die karte perfekt ein dass man sie testen könnte genauso dann machen die spells mehr damage kann ich mir super vorstellen und ganz ehrlich der magier mit sorcerer's apprentice ja der magier spielt das ding turn 6 7 8 es erwacht der magier zehn mana sorcerer's apprentice sorcerer's apprentice arcan missiles arcan missiles frostbolt frostbolt feuerball feuerball dann 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 tot also ich mag diese karte hasse ich die die kann theoretisch kann sie auch für control decks missbraucht werden was ich dann wieder okay finde wenn man ein starkes aoe macht oder so theoretisch kann sie dafür missbraucht werden wird aber glaube ich weniger passieren das glaube ich nicht so wirklich stark war nicht so wirklich super geil aber in combo aggressiven decks die dem gegner spells ins gesicht schleudern wollen ja da ist die karte wie gemacht für und ich hasse das dagegen zu spielen das ist so du du machst halt nichts der gegner zieht karten der gegner zieht karten knallt jetzt gesicht und du kannst und im endeffekt ignoriert hatte ich völlig ja ist halt für mich immer genau das fun interactive nur halt entgegengesetzt und das unterstreicht diese karte das ist wirklich eine meiner am wenigsten favorisierten karten des ganzen selbst bisher hey kommen wir zur nächsten favorisierten karte des ganzen sets die ich hasse am wenigsten favorisierten karte und zwar der mana bisquit also add a biscuit to your hand that refreshes two mana christ also du zahlst zwei mana um entweder im gleichen turn oder halt später irgendwann mal zwei mana extra zu haben und die karte ist wie gemacht dafür um irgendwas dummes zu machen also entweder willst du wirklich einfach nur quasi zwei spells für nichts machen also du spielst die karte benutzt zwei mana und du spielst den bisquit ich denke mal der bisquit wird ein spell sein und kriegst wieder zwei mal das heißt du machst für zwei mana zwei spells du machst für null mana zwei spells um zum beispiel mosaki zu buffen also für null mana buffst du mosaki um zwei spell damage eine möglichkeit oder du sammelst du sammelst diese bisquits und hast halt in irgendeinem turn 14 mana und kannst halt vielleicht mit diesen 14 mana unfassbar bescheuerte dinge tun als magier also auch diese karte sehe ich nur in irgendwelchen combo decks die darauf aus sind dir in einem turn ganz ganz viel schaden zuzufügen oder irgendeine doofe combo zu schießen ja bin ich auch kein fan von wenn einige sehr mögen ist auch völlig okay aber ja also einfach so die karte in irgendein deck schmeißen weiß ich nicht dass sie also ich meine es ist ja quasi ramp also es ist quasi so ein bisschen wie anregen muss man sagen also du spielst turn zwei du bist jetzt ein magier du spielst highlander mage sagen wir mal du spielst ganz normal highlander mage du machst eh nicht viel du spielst turn zwei diese karte so und jetzt kannst du turn 3 kannst du jetzt einen legendary spielen was 5 mana du könntest turn 3 jandice spielen du könntest turn 5 flamestrike spielen du könntest turn 8 rhino spielen also umso mehr ich darüber nachdenke ja die karte ist für kombos oder ist bestimmt gemacht für kombos oder für irgendwelche doofen aktionen aber eigentlich ist die karte auch gute in jedem anderen deck oder theoretisch in vielen decks weil aber warte mal ne refreshen ich glaube jetzt bevor ich jetzt bevor ich jetzt blödsinn laber refreshen du bekommst kein mana ne okay okay zurück refreshen also wenn ich das richtig verstehe kannst du nicht mit sieben mana den biscuit spiel und hast neun mana sondern du kannst mit sieben mana irgendeine karte spielen hast drei mana und dann refresh du wieder auf fünf also du kannst mana kristall die du verbraucht hast kannst du refreshen aber du kannst nicht rampen indem du mehr mal okay das würde die karte dann wieder schlechter machen und dann würde ich wieder sagen sind wir dabei kommen also wenn es so sein sollte dass man nur refreshen kann also nicht über die über das mana hinaus was man hat was ich wovon ich stark ausgehe dann ist es wirklich eine combo karte und da bleibe ich dabei ist sie wird sie ja dafür irgendwie genutzt werden wenn sie dann gespielt wird und nicht wirklich jetzt in einem ganz normalen kontroll deck oder normales secret deck oder keine ahnung ja ich bin gespannt wie sie auch wie diese karte missbraucht wird nur refreshen nicht rampen leute ich hab's noch gesehen nicht dass ich wieder im nächsten video mich korrigieren muss ja der mist runner ja das ist eine komische karte fünf mal nach 4 4 kampfschrei give a friendly minion plus drei plus drei overload 1 also ich bin ehrlich ich habe die karte gesehen und dachte dann direkt ja okay was ist das für ein büll also ein 5-mahner 7 7er der einmahner der überladung hat also ein 5-mahner 7 7er würde man glaube ich heutzutage kaum spielen also 5-mahner 7 7 ohne tornt würde man glaube ich kaum spielen der hat noch eine überladung entschuldigung ich habe ich gerade chat genannt aber eigentlich seid ihr ja mein chat oder ihr seid ja meine youtube kommentare aber ich muss sagen ich habe ich habe die kommentare hier gelesen und einer hat hier geschrieben mark my words nobody sought bone mair was gut ihr erinnert euch bone mair 8 mana give a friendly minion plus 4 plus 4 taunt klar ist plus 4 plus 4 und ist taunt logisch verstehe ich aber kostet auch 8 mana und das hier ist plus 3 plus 3 und kostet halt 5 mana also ist es vielleicht wirklich so viel besser einen anderen diener zu buffen weil der kann ja direkt angreifen also du buffst jemanden und der kann dann direkt face gehen oder der kann direkt traden und das ist macht macht vielleicht diese karte dann doch wieder gut oder stärker als ich sie einschätze also nachteil ist wenn du keinen diener hast ist die karte müll also hast du nichts auf dem feld dann ist die karte müll andererseits muss man sich sagen dass der schamane die totem helden fähigkeit hat also im schlimmsten fall könnte man sie turn 7 spielen totem rufen und das totem plus 3 plus 3 passen also das wäre dann turn 7 das schlimmste aber der schamane hat auf jeden fall diese helden fähigkeit ist natürlich gut ja also interessante karte wo ich gespannt bin vielleicht also ich dachte wirklich auf den ersten blick absoluter müll aber ich finde wenn man wirklich mal an bone mehr denkt die karte war wirklich super stark und hat hat die meter dominiert in speziellen decks wo viele minions auf dem feld sind wo es vielleicht minions gibt die man buffen möchte eventuell ja ist die karte doch gar nicht so schlecht und man wird sie hinterher öfter sehen in einem aggro schamanen also ich sehe sie jetzt nicht im kontrol schamanen keine ahnung also den kontrol schamane nicht es kann nur mit range aggro schamane sein oder so oder totem schamane totem schamane wäre eine möglichkeit irgendwie sowas also es muss ja diener geben die gebracht werden können ja so fellfire deadeye eine hunter demon hunter karte kann man immer kaum sehen also die beiden sind ja grün deswegen kann man das immer kaum unterscheiden hunter diemen hunter your hero power costs one less also zwei meiner zwei dreier und die helden fähigkeit kostet einmal erwähnt ich bin ganz ehrlich die karte ist nicht so spannend also die ist bestimmt gut ja zwei meiner zwei drei sind gute stats völlig okay also die standard stats und dann ist der effekt natürlich nicht schlecht der diem hat da kann sein du kannst die karte von zwei spielen als diem hunter plus die helden fähigkeit oder du spielst die karte von drei als als hunter und kannst die helden fähigkeit benutzen oder halt später irgendwann keine ahnung und wenn die karte überlebt wenn die karte nicht getötet wird dann bleibt es ja so also dann kannst du für zwei drei turn die helden fähigkeit spiel also die karte ist denke ich ich glaube die karte ist weit davon entfernt irgendwie op zu sein oder das spiel zu breaken das muss ja auch nicht jede karte machen und nicht falsch verstehen aber sie ist glaube ich eine grundsolide karte helden fähigkeit kostet einmal weniger wie gesagt die man da ist vielleicht noch besser weil der kann sie auf jeden fall immer spielen weil die dann null kostet aber dass der hand hat dass die ein ko 1 kostet wenn du den diener nicht sofort töten kannst ist natürlich auch gut logisch weil die helden fähigkeit du willst ja ein werfen damit die damit du den gegner runter bringst über die für fünf sechs sieben turns ja also schlechte karte niemals grundsolide die ich durch die mit dies mit sicherheit irgendwelche decks schafft aber jetzt auch nichts spannendes über was man jetzt zehn stunden reden müsste würde ich sagen ja ich glaube das war's für heute ja das war das dritte video leute ich erwarte nicht dass ihr das dass ich hier jede karte wieder e sport technisch auseinander nehme ich will nur kurz sagen wie sie mir gefällt spaß ja oder nein oder ob ich glaube er so stark ist wo ich sie ungefähr sehe und euch ein bisschen auf dem laufen halten dass ihr wer der sich jetzt nicht so damit beschäftigt und durchguckt auch wisst was es für karten gibt also mein anspruch ist jetzt wirklich nicht dass ich jetzt versuche da absolut rauszufinden wie diese karte gespielt wird ich glaube das kann man am ende auch nicht es ist man merkt immer wieder wenn die sets rauskommen karten die man völlig unterschätzt hat sind plötzlich mega geil und karten die man für geil gehalten hat sind plötzlich werden nie gespielt es ist wirklich schwer zu sagen ich hoffe ich treffe ein bisschen treffe ein bisschen richtig und dann bin ich schon ganz zufrieden ja wir sehen uns hoffentlich mein internet ist moment ein bisschen am spacken insofern sehen wir uns hoffentlich bald auf twitch oder natürlich hier auf youtube zu weiteren kartenbesprechungen oder dann auch wieder zu patches und vielleicht noch ein highlight bleibt gesund und bis bald hey vielen dank dass du das video bis zum ende angeguckt hast unglaublich ja ich würde mich freuen wenn wir uns wiedersehen also das übliche lass auf jeden fall gerne kommentar da für verbesserungsvorschläge lob kritik wie auch immer ansonsten freut mich natürlich wenn es noch nicht passiert ist über ein abo sollte man hier irgendwo sehen können kostet auch nichts außerdem bin ich auf twitter instagram zu finden alle links auch für meinen twitch kanal ist fast das wichtigste täglich fulltime auf twitch unterwegs alle links unten in der beschreibung des videos ja ich freue mich wenn wir uns wiedersehen macht's gut und bleibt gesund ciao